Also ich bin heute ein absoluter Glückspilz. Nicht nur, dass ich hier moderieren darf bei Porsche, sondern ich darf jetzt hier eine kleine Tour machen und zwar im 911er Carrera 4S. Ich bin super aufgeregt. Ich habe gerade geflüchtet. Mal gucken, wie mein Bauch so mitmacht. Also ich freue mich. Los geht's! So, jetzt sitze ich hier im absoluten Traumauto und zwar mit Matthias. Matthias, was erwartet mich denn? Ja, ich denke, eine flotte Runde. Wir werden hier auf jeden Fall mal richtig Gas geben. Die Strecke ist frei und jetzt starten wir mal durch. Carrera 4S. Neuer Handlingkurs hier. Motor gebaut für permanenten Gebrauch hier. Da füllt sich der 911 auf der Rundstrecke. Ein Mann, der Multitasking beherrscht. Er gibt Gas und er erklärt mir dabei noch die Strecke. So sieht es aus. Wir kommen jetzt auf die lange Gerade. Wir gehen gerade vorwärts. Ca. 180. Wir fahren gerade 180 und Matthias tritt in die Eisen. Und verzögert. Und runter in die Steinwandkurve. Oh, guck mal an! Alter Schwede! Aufs Gas! Runter geht's! Und Spitze! Spitze 180 wieder? Ja, vielleicht fannst du noch 90 hier. Und links. Erzähl mal ein bisschen was über das Modell, während wir reden können. Ja, Carrera 4S. Allradantrieb. Ganz neues Modell. 992 Generation. 450 PS. Ja, mit allem ausgestattet, was das Fahren Spaß macht. Und vor allem auch natürlich sicher und schnell. Sicher und schnell. Matthias, ich danke dir. Es war eine Hammerfahrt. Vielen, vielen Dank. Und du bist ein Lyxpilz, weil du darfst das den ganzen Tag machen. Voll warm. Cool, danke schön. Gerne. Ja, ich würde mal sagen, es war der absolute Knaller. Spitze 190 kmh. Mein Magen sagt gerade so, ups a daisy, aber es war mega. Ja. 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 Ja.